Vor rund drei Monaten erreichte die Belegschaft von Evobus in Neu-Ulm die Hiobsbotschaft. Ein Teil der Produktion wird in die Türkei verlagert. An den Standorten Neu-Ulm und Mannheim fallen 1000 Stellen weg. Heute dann die Nachricht, es werden insgesamt nur 600 Stellen abgebaut. Das Wichtigste waren die Arbeitsplätze, dass wir so wenig wie möglich Arbeitsplätze hier verlieren. Der zweite wichtige Punkt war für uns immer, dass die Perspektive für diejenigen, die hier am Standort weiterarbeiten, gut sein muss. Und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern längerfristig gut sein muss. Und ich denke, da haben wir einen großen Schritt nach vorne getan, weil wir eine Beschäftigungssicherung haben bis zum 31.12.2018. Und weil wir da nicht nur eine Beschäftigungssicherung haben, sondern auch einige Produkte abgesichert haben, dass die zukünftig hier am Standort in Neu-Ulm oder in Deutschland produziert und entwickelt werden. Das heißt, zwei Sedra-Modelle werden doch im Werk Neu-Ulm weiter produziert. Und es gibt die Versicherung, dass die Überlandbusse immerhin bis 2015 in Deutschland hergestellt werden. Die Belegschaft war etwas erleichtert, dass es in Anführungsstrichen nur über diese Maßnahmen funktionieren wird und dass der Standort Deutschland doch noch eine Zukunft hat. Das Personal soll, wie es heißt, sozialverträglich abgebaut werden. Dies soll durch Altersteilzeit und Auflösungsverträge passieren. Der Betriebsrat glaubt trotz der Einschnitte an den Standort Neu-Ulm. Dann müssen wir schauen, dass wir hier unsere neuen Produkte auch mit der richtigen, mit der besten Qualität wieder produzieren. Und dass wir auch zukünftig wieder die Besten auf dem Weltmarkt sind und damit auch die Preise unserer Produkte vom Kunden akzeptiert werden. Und das werden wir auch machen. Wie sich die 600 abzubauenden Stellen auf die Werke Neu-Ulm und Mannheim verteilen, steht bisher noch nicht genau fest.